Nun wollen wir in die Vorbereitung der JAV-Wahl im Betrieb einsteigen. Dazu, nachdem wir jetzt die ersten Einstellungen getätigt haben, gehen wir hier in die Vorbereitung rein. Zuerst müssen wir die Daten zum Wahlvorstand eingeben. Das wäre jetzt der erste Schritt. Hier oben kann die Zahl der Personen im Wahlvorstand festgelegt werden. Genau. Hier gleich der Hinweis, die Anzahl der Wahlvorstände muss ungerade sein und mindestens drei. Das geben wir jetzt hier auch mal so an an der Stelle. Und hier sind dann wiederum die Daten zu den Wahlvorstandsmitgliedern einzugeben. Auch hier nehmen wir wieder fiktive Daten, geben diese mal gemeinsam an der Stelle ein. Hier kann dann auch gerne die Betriebsadresse verwendet werden, unter der die Wahlvorstandsmitglieder erreichbar sind. Ich kopiere mir die mal, weil die ja gleich vermutlich noch mal zum Einsatz kommen werden. So, Wahlvorstandsmitglied Nummer 1. Die Nummer 2. Und Nummer 3. So, jetzt haben wir unsere drei Personen, die im Wahlvorstand drin sind, festgelegt. Hier können wir gleich noch die Ersatzmitglieder eingeben. Sollten wir an der Stelle auch gleich noch machen. So, gehen wir noch eine dritte Person an, der Vollständigkeitshalber. So, also jetzt haben wir an der Stelle unsere Wahlvorstandsmitglieder eingegeben und deren Ersatzmitglieder. Hier unten wählen wir jetzt aus, wer ist denn entsprechend Vorsitzender, Vorsitzender vom Wahlvorstand. Man sieht, hier werden die Namen, die man oben eingegeben hat, auch direkt angeboten. Wir nehmen jetzt hier mal die Kollegin Christine Müller und können hier auch die Stillvertretung angeben, auch aus den eingegebenen Personen. Auch hier sieht man, wir haben vorhin als Geschäftsstelle der IG Metall die Geschäftsstelle Aschaffenburg angegeben. Das zieht sich jetzt dann hier durch. So, wir drücken Speicher und legen damit die Daten zum Wahlvorstand fest. Das ist zwingend nötig, weil das brauchen wir ja dann wiederum in späteren Schritten. Man kann hier bereits von Anfang an, ist nicht zwingend notwendig, deswegen ist es hier auch in hellgrau gestaltet, auch festlegen, wie dieser Wahlvorstand zustande kam. Wenn man sich bereits vor der Wahl dafür entscheidet, den digitalen Wahlhelfer von Anfang an zu verwenden, was sich ja auch anbietet, kann man auch diese Schritte hier entsprechend mit auswählen. Wir nehmen jetzt anstatt die Bestellung des Wahlvorstandes durch GbR oder KbR, also Gesamtbetriebsrat bzw. Konzernbetriebsrat, hier die klassische Variante durch das Betriebsratsgremium vor Ort. Wir können jetzt hier festlegen, wann dieser Beschluss gefasst wurde durch den Betriebsrat. Das machen wir jetzt hier relativ zeitnah. Man kann die entsprechende Beschlussnummer eingeben. Das Jahr wird hier schon mal 2018 vorher angeboten. Anzahl der Personen im Wahlvorstand, die drei hatten wir hier festgelegt. Jetzt kann man hier noch eingeben, wie das Abstimmverhalten dazu im Betriebsrat war. Mitglieder des Wahlvorstands. Hier werden noch mal die Daten aufgeführt, die wir bereits vorher eingegeben haben. So, haben wir das auch. Entsprechend Vorsitz und Stellvertretung haben wir vorhin ja auch bereits eingegeben. Von daher wird das an dieser Stelle auch so schon angeboten. Kontakt zur Gewerkschaft ist auch klar. Wir drücken Speichern. So, soviel zur Bestellung. Wahlvorstand, dadurch, dass wir die Daten gespeichert haben. Hier hinten dran auch jetzt das kleine Häkchen. Und es werden uns wieder Dokumente direkt angeboten dazu. Wir werfen jetzt hier mal einen Blick rein, exemplarisch. Wie bereits beschrieben, immer zwei Varianten, Word und PDF. Hier unten sehen wir, dass alle Eingaben getätigt wurden, die für das Schreiben benötigt werden. So, werfen wir noch einen Blick rein. So, man sieht jetzt hier die Adresse vom Unternehmen, das wir am Anfang eingegeben haben. Für den Betriebsrat, Beschluss Nummer 23 im Jahr 2018. Und man hat hier jetzt den Wahlvorstand beschlossen. Man sieht das Abstimmungsergebnis nochmal. Damit ist der Antrag angenommen. Die Namen, wer jetzt im Wahlvorstand ist und deren Ersatzmitglieder. Und hier auch die Daten zur Betriebsratsvorsitzenden, die wir im ersten Schritt eingegeben haben. Und von einem weiteren Betriebsratsmitglied. Also auch das alles wird automatisch erstellt. Wir finden jetzt hier noch die Mitteilung über die Bestellung zum Mitglied des Wahlvorstandes. Sodass wir das den gewählten Personen entsprechend aushändigen können. Jetzt hier an die Frau Christine Müller, Markus Gans, Susanne Schön. Also wie gesagt, an die entsprechenden Daten, die wir eingegeben haben, werden auch diese Schreiben schon gestellt. Zu guter Letzt noch die Mitteilung an die Gewerkschaft vor Ort. Das sehen wir jetzt hier. Wir haben die Geschäftsstelle Aschaffenburg gewählt. Die ist mit den entsprechenden Kontaktdaten hinterlegt. Und man hat hier direkt das Schreiben, dass man der IG Metall überstellen kann. Sodass dieser auch informiert ist, dass ein Wahlvorstand gewählt wurde. So, das wäre so das klassische Verfahren, wie es im Betrieb zustande kommt. Der Wahlvorstand wird durch den Betriebsrat vor Ort bestellt. Es gibt noch rechtlich die Möglichkeit, den Wahlvorstand durch den GbR oder KbR zu bestellen. Auch hier könnte man jetzt die Daten dazu eingeben. Diesen Schritt sparen wir uns jetzt an dieser Stelle. So, soweit zu dem Register Vorbereitung. Damit ist der Wahlvorstand bestellt. Und dieser kann dann nun seine Arbeit aufnehmen. Das erfolgt dann nun im nächsten Schritt Wahlvorstand.